Musik Ich sitze hier im wunderschönen Lietzensee-Kaffeegarten und neben mir sitzt der weltberühmte Schauspieler Rolf Zacher. Ja, ich bin auch nicht nur Schauspieler, ich bin auch die berühmteste Torte. Ja, das wollten wir gerade mal besprechen, weil Rolf Zacher hat auch was mit Torten zu tun. Nicht, dass ich ihn seit den 60er Jahren aus Filmen und Fernsehen kenne. Nein, er hat auch was mit Torten zu tun. Erzähl mal Rolf. Ja, also ich habe ja eigentlich meine Torte, meine Haupttorte, aber von der lasse ich mich jetzt scheiden. Und jetzt baue ich eine eigene Torte und zwar eine Ringtorte habe ich ja schon hier gehabt. Ja, wunderbar. Die berühmte Himbeeringtorte. Aber jetzt gibt es eine Vegantorte demnächst mal. Ich arbeite dran. Oh, das finde ich spannend. Schmeckt die anders als eine gewöhnliche Torte? Natürlich, die ist viel zu gewöhnen. Eine Vegantorte, die schmeckt natürlich viel besser. Ich bin sehr gespannt auf deine Torte und jetzt muss ich leider wieder zurückgeben an die angeschlossenen Tortenanstalt. Nun meine Coke macht jetzt nicht. Tschau! Messer Vincent Untertitelung des ZDF, 2020